Erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf. Es geht mir im Grunde wie Ihnen. Ich habe eine ganz tolle Firma. Ich habe ein ganz tolles Produkt, aber aber niemand weiß es. Klar, ich habe eine Homepage. Eine super Homepage mit Fotos. Ganz vielen Fotos und Text. Text! Wer hat denn heute noch Lust, lange Texte zu lesen? Und nicht mal ich. Meine Fotos können meine Firmenphilosophie einfach nicht vermitteln. Mein Text kann nicht zeigen, was mein Produkt kann. Vielen Dank.